Ja, hallo zusammen. Heute bin ich mal in Richtung Kultur unterwegs, weil wenn man abends irgendwie mal schick ausgehen möchte, egal ob Theater, Oper oder irgendwelche Festivitäten, haben wir das Richtige für euch. Ich habe hier eine ganz tolle gestrickte Hose an, die mega tolle Beine macht, finde ich, und auch die richtige Länge hat. Es gibt hier dieses Top dazu und eine wunderschöne, ganz leichte Hülle, Glitzerjacke obendrauf. Natürlich haben wir auch schöne Ketten, die man so umwerfen kann, wenn man sagt, ich möchte ein bisschen geschmückter sein. Ja, so würde ich zum Beispiel auch in die Oper gehen. Ich zeige euch aber jetzt etwas Farbigeres, wo ihr auch natürlich super irgendwo schick ausgehen könnt. Das ist eine wunderschöne, auch dünn gestrickte Lurex-Hose in diesem Aprikot- und Himbeer-Farbton. Passend dazu würde ich eine schöne Bluse setzen in Beige obendrauf oder so eine Tunika in Seide. Finde ich auch sehr schön dazu. Also würde mir sehr gut gefallen. Wir können dann passend dazu dieses Jäckchen oder Hülle machen, sodass man wirklich einen wunderschönen Anzug hat, wenn man so ausgehen möchte. Wer es ein bisschen theatralischer möchte, der kriegt diesen tollen Strickmantel auf die Hose drauf, schaut auch spektakulär aus. Also wirklich ein außergewöhnlich tolles Teilchen. Wer es gerne schlichter möchte, bekommt ein tolles gestricktes Lurex-Kleidchen, das natürlich ein Unterkleidchen hat. Ganz pur, ganz schlicht, ist man auch süß angezogen. Hat hier auf der Seite ein bisschen Schlitzchen. Und ja, aber macht unbedingt was her. Wer lieber gerne lang gehen möchte, habe ich hier dieses tolle Strickkleid, was ich auch außergewöhnlich schön finde. Alles von Exterieur, von unserem Italiener. Und dazu habe ich euch mal so eine kleine Jacke drauf gesetzt auf dieses lange Kleid. Und ich habe aber auch für kleinere Frauen ein kleines, kürzeres Kleidchen. Wunderschöner Strick. Wirklich finde ich ausgefallen. Ich denke, da seid ihr die Einzigen, wenn ihr irgendwo hingeht, wenn ihr das anhabt. Weil wir sind der Einzige in München, die diese Firma haben. Ja, ich denke, ihr seid jetzt super angezogen und werdet bewundert in der Festivität, wo ihr hingeht. Egal ob Oper oder Theater, anyway. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns natürlich auf YouTube folgt oder eine DM schreibt oder uns anruft. Wir haben die Sachen im Moment in allen Größen da und freuen uns auf eure Nachrichten. Die Jutta.